Heute Nachmittag könnte ich meine Begeisterung ausdrücken, das ist jetzt nicht übersetzt, aber weil das nicht im Manuskript steht, wenn heute Nachmittag etwas passiert ist. Ich war in der Bremer Neustadt, war dort im SOS-Kinderdorf und dort wird am Nachmittag findet dort ein Sprachcafé statt. Und natürlich traf ich auf Menschen aus Syrien, konkret zwei Herren, wo jetzt sehe ich einen, dort sind beide sind gekommen, das freut mich sehr. Ich habe mich schon gesagt, ich habe mich schon gesagt,